Servus und hallo, mein Name ist Markus Gebhardt, ich bin Professor für Lernbehindertenpädagogik an der Universität Regensburg. Heute geht es um die Begriffe Formatives Assessment, Lernverlaufsdiagnostik und kontrollierte Einzelfallstudien. Was haben die miteinander zu tun? Den Vortrag habe ich schon mal für das Ruhl am Forschungskolleg des Lehrerbildungszentrums gehalten und ist hier stark gekürzt wiedergegeben. Pädagogische Diagnostik findet auch in der Schule regelmäßig statt. Es gibt es meistens in der regulären Grundschule als Lernstandsdiagnostik, also um den aktuellen Status zu haben. Und wir haben ihn ganz verbreitet im sonderpädagogischen Feld, weil er ja verpflichtet ist, um sonderpädagogische Gutachten festzustellen. Während das eine relativ kurz ist und meistens aus praktikablen Gründen eher weniger gemacht wird, also die Hoffnung ist, dass man es macht, weil es sehr effektiv ist, den aktuellen Lernstand mal mit kurzen Screenings und Tests zu klären, um dann die Intervention und den Unterricht besser darauf auszupassen. Hier haben wir ein Problem, dass es relativ selten gemacht wird im Unterricht. Haben wir auf der anderen Seite eben Diagnostik im Einsatz bei sonderpädagogischen Gutachten. Das ist meistens ein langer und aufwendiger Prozess, hilft dem Individuum, aber meistens erst nachdem das Gutachten geschrieben wird, kommt es zur Förderplanung. Das Ganze dauert also relativ lang. Wir haben also zwei komplett unterschiedliche Formen von Diagnostik in der Schule in dieser Form. Und das Problem ist, ich hätte gern etwas genau in der Mitte, was eben praktikabel ist, was allen hilft, was sozusagen sowohl den Sonderpädagogen als auch den Regelschullehrern gut mit einbezieht in der Inklusion im Team. Und darum geht es hier um diesen Gedanken. Wie bringen wir alle Schüler voran? Wie kommt man schnell zu einer präventiven Förderung? Und wie hilft Diagnostik ganz zielgerichtet, ohne zu viel Unterrichtszeit wegzunehmen? Das Problem, insbesondere bei der sonderpädagogischen Diagnostik und der Gutachtenform, ist, dass es meistens in Form einer sogenannten summativen Diagnostik erfolgt. Das bedeutet, ich habe eine Feststell- oder Statusdiagnostik am Anfang, dann habe ich eine Förderplanung, Intervention oder eine Art Unterrichtsform in der Mitte und ich habe danach eine Evaluation am Ende und bekomme die Rückmeldung, ob die Förderung wirksam war, ob der Unterricht wirksam war, erst am Ende. Ich brauche also zu zwei Test- oder Messzeitpunkten zwei Diagnostiken, die miteinander verbunden sind, um zu wissen, hat es in der Mitte etwas gebracht, ja oder nein. Das Problem in der Praxis ist, dass es diese Tests meistens nicht so in der Form gibt. Die Tests sind häufig nicht verbunden. Viele Tests werden als Screenings entwickelt für einmalige Messungen, um kurz zu sein, oder als längere, größere, breitere, multidimensionale Statustests, um ein großes Profil abzubilden, aber auch das nur zu einem Messzeitpunkt. Um sozusagen das zu evaluieren, brauche ich Paralleltests, die sozusagen auch wirklich fair dasselbe messen mit ähnlichen Aufgaben und am besten sind die Aufgaben auch noch miteinander verbunden. Ich kann also nicht einfach einen Test für den Jahresanfang und das Jahresende nehmen die nicht genau dasselbe messen und das Problem, was ich auch habe, wenn ich auf normierte Werte übergehe, dass mir der normierte Wert eben nur den Wert des Schülers zur Norm wiedergibt. Ich brauche also Tests, die genau, also genau denselben Test, der für zwei Messzeitpunkte entwickelt ist, um überhaupt sagen zu können, hat hier sozusagen ein Lernfortschritt stattgefunden und die gibt es eigentlich kaum. Im optimalen Fall sind diese Tests kriteriumorientiert, also ich weiß dann, okay, ich bin am Anfang auf Niveau 1 und danach bin ich auf Niveau 2 oder 3 und diese Formen gibt es eher selten, aber sie werden immer mehr entwickelt. Trotzdem habe ich ein Problem bei summativen Assessments, nämlich ich kriege die Rückmeldung erst ganz am Ende, ob die Förderung gewirkt hat. Ich fördere also so lange, wie ich es bestimmt habe, bis ich das Lernziel erreiche, aber ich sehe erst ganz am Ende ist das Lernziel eigentlich erreicht worden. Die Idee der formativen Diagnostik ist sozusagen genau eine andere. Wir haben nicht nur eine Diagnostik am Anfang und am Ende, sondern auch dazwischen und das ermöglicht uns, es Rückmeldung und Feedback zu geben während der Förderung. Das ist der Grund, warum formativer Diagnostik so hocheffektiv sein kann. Wenn ich genau die Informationen bekomme, die ich brauche, reagiert er auf die Förderung oder nicht. Klar, ein guter Lehrer, ein guter Therapeut sieht auch schon während dem Ganzen, ob das Kind das Ganze lernt oder nicht. Aber eine absolute Sicherheit hat man eben am besten über Tests und manchmal sind die Fortschritte auch so klein, dass man sie kaum erkennt. Also ist die Frage, wie würde das dann aussehen? Während vorher ja die Tests länger waren zu Phase A und zur Endphase A, wären jetzt die Tests generell etwas kürzer. Es sind dann fünfminütige Tests, die nicht so viel von der Lernzeit wegnehmen können, wegnehmen sollen. Und der Vorteil ist, dass man hier zur Rückmeldung der Förderung eben genau weiß, wo man ansetzt oder ob es gerade etwas nützt. Der zweite Vorteil, den man auch hat, ist, wenn man mehrere Tests hat, gleicht man Tagesschwankungen einfach aus. Also jeder Schüler ist mal mehr motiviert, mal weniger motiviert und einzelne Messungen, vor allem bei sehr schwankenden Leistungen, sozusagen kann man einfach durch mehrere Messungen gut ausgleichen und nimmt da einfach den Mittelwert. Oder man überlegt sich eben, gibt es, nehme ich eine Steigung an oder nicht? Diese ganzen Überlegungen im formativen Assessment-Bereich haben wir im Bereich Lernverlaufsdiagnostik auch. Das ist praktisch dasselbe bei einem Lesetest. Und hier haben Sie nicht nur eine Intervention, sondern gleich mehrere. Wenn Sie also merken, die eine Intervention bringt nichts, dann können Sie das hier abwechseln. Wir haben hier die Idee dieser kurzen Messungen. Wir legen am Anfang ein Niveau fest, das wir gerne haben wollen am Ende, also ein kriteriales Norm. Und wir haben eben am Anfang eine Messphase, wo wir sozusagen sagen, was ist eigentlich das Problem? Aha, das Problem ist die Leseflüssigkeit. Wie ist denn die Leseflüssigkeit aktuell? Welche Übungsformen hätten wir denn für den Schüler? Und wie würde man sozusagen das Ganze weiterbringen? Lernverlaufsdiagnostik ist somit eine Art formative Diagnostik, immer weil sie sofort die Ergebnisse zurückmeldet und auch die Person es selber weiß. Es bringt aber am besten etwas, wenn natürlich alle Beteiligten mit dem Ziel übereinstimmen und auf das Ziel hinarbeiten. Lernverlaufsdiagnostik ist aber für die Praxis und im Endeffekt weiß ich eben nur, wie kann ich auf das Ziel hinarbeiten. Lernverlaufsdiagnostik an sich ist ein Instrument, um sozusagen den Lernfortschritt möglichst gut und fair zu messen. Diese einzelnen Wirksamkeiten, wann ist jetzt eine Förderung effektiv oder nicht, bearbeitet Lernverlaufsdiagnostik an sich selber nicht. Diese Frage klären wir am besten mit der Einzelfallvorschung. Um nochmal kurz einen Punkt zu klären zur Lernverlaufsdiagnostik. Besonders gut misst die Lernverlaufsdiagnostik immer in einem mittleren Bereich. Also wir messen ganz schlecht unten im untersten Bereich, wenn das Kind wie bei jedem anderen Test auch nur ein oder zwei Items löst. Dann ist einfach die Irrtumswahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er vielleicht diese eine oder dieses andere Item nur zufällig gelöst hat. Da würde ich dann sagen, da nehmen wir doch lieber einen leichteren Test. Also wenn dann das Kind drei oder vier Items im optimalen Fall löst, dann fängt ein sensibler Messbereich an, der bis zu einem gewissen Grad geht. Einfach wie viel Zeit das Kind hat, wie viele Aufgaben es bearbeiten kann in einem Bereich, wo man dann sagen kann, okay, der ist grün. Das ist so eine Art Kriterium, was das Kind erreichen soll. Und zum Beispiel bei einer Leseflüssigkeit macht es auch irgendwann keinen Sinn mehr, noch schneller zu sein, weil es einfach physiologisch gar nicht mehr schneller geht, schneller zu sprechen. Also es ist auch in Ordnung ab einem gewissen Bereich, dass der Test nicht mehr misst. Deswegen muss man immer sich überlegen, wo ist denn dieser mittlere Bereich für den Test? Wo misst er denn diese Lernwachstum möglichst sensibel? Das wollen wir auch in unserer eigenen Plattform langsam immer mehr implementieren, um den Lehrern nochmal zu zeigen, wann wäre denn der grüne Wert erreicht? Also was ist eigentlich das Ziel, das Lernziel und was sind denn ungefähr Schwellenwerte? Die hängen natürlich aber jetzt immer wieder individuell vom einzelnen Schüler, von der Klassenstufe, vom Lernumfang ab. Von daher sind sowas immer generelle Richtlinien und das muss natürlich der Praktiker selber vor Ort feststellen, da er am besten weiß, was das Kind als Lernziel hat und erreichen kann. Wir können Ihnen hier nur sagen, was ist denn der Bereich, wo der Test besonders gut misst? Wofür haben wir ihn eigentlich gebaut? Diese Frage ist sozusagen auch wichtig für den Bereich der Einzelfallforschung. Bei dem Bereich der Einzelfallforschung geht es eben darum zu fragen, wie wirksam ist eigentlich eine Intervention? Und Einzelfallforschung heißt das Ganze, weil es eben für eine Person ist oder für wenige Personen und man nicht wie beim klassischen Experiment mit vielen Personen dasselbe durchläuft, sondern man hat wenige oder nur eine Person und dafür viele Messzeitpunkte. Das ist die generelle Idee von der kontrollierten Einzelfallstudie. Für die ist genauso wichtig wie für die Lernverlaufsdiagnostik, wenn es Lernen ist vor allem, dass man in einem Bereich misst, wo der Test besonders sensibel ist. Also sprich, das Kind darf nicht bei null oder wenigen Items lösen, eins oder zwei und es muss sozusagen auch am optimalen Fall in den grünen Bereich des Tests ansteigen, damit ich also richtig dieses Kriterium, das Endziel interpretieren kann. Im Unterschied zur Lernverlaufsdiagnostik, die ja eher eine begleitende Diagnostik für einen Einzelfall ist, wo man dann sagt, okay, wir haben unser Ziel erreicht, ist die kontrollierte Einzelfallstudie eben eine Studie, wo das Hauptziel ist, sich zu fragen, findet diese Studie, diese Intervention, die ich hier in dieser B-Phase durchführe, standardisiert, möglichst gleich, möglichst gut dokumentiert, dass die anderen es nachprüfen können, ist die denn wirksam im Vergleich zur A-Phase davor und danach. Also das Ziel ist es sozusagen, hier eigentlich eine möglichst kleine, gerade Linie zu haben, dass man sagt, okay, wir haben hier eine kleine Förderung im regulären Unterricht, aber wenn man dann durch eine einfache Intervention möglichst gut umsetzbar hier sozusagen ansetzt, dann gibt es hier einen starken Anstieg, das wäre sozusagen der Wunsch und danach in der A-Phase wieder bleibt dieser Anstieg bitte da oben, also das Gelernte bleibt dort, wo es ist, also es wird nicht wieder vergessen, das ist leider etwas, was vor allem Jan Kuhl und Kollegen in ihren Studien immer wieder zeigen, dass es durchaus auch so vorkommt, wenn man dann weitere Posttests macht, dass ihnen das Wissen nicht oder die Kompetenz nicht bleibt, sondern auch durchaus wieder nach unten sich absenkt und man errechnet praktisch die Wirksamkeit mit verschiedenen Methoden, die ihnen David Scheer auf seinem Kanal wunderbar nahe bringt, Die einfachste Form wären die sogenannten Overlap-Indizes, die eben an sich diese A-Phase komplett betrachten und dann vergleichen zu dieser B-Phase, wie weit sind die Gesamtüberlappungen voneinander weg, das wird also deterministisch in einfachen Rechenmodellen gerechnet und wie weit ist es zu dieser A-Phase entfernt, also wie weit sind die Phasen überlappt. Es gibt dann auch noch die andere Möglichkeit eines Signifikanz-Tests, der aber ja darauf ansetzt, dass diese Messzeitpunkte zwischen den Phasen zufällig sind. Diese Signifikanz-Tests gehen also als erstes davon aus, dass ich mir überlegen muss, wie groß musste mindestens die A-Phase und die B-Phase sein, damit ich überhaupt messen kann. Das wären dann vielleicht drei, vier oder fünf Messzeitpunkte, je nach Test, aber ich würde als Lernverlaufsdiagnostik sagen, nicht zwei, nicht drei, lieber fünf. Und dann muss ich mir überlegen, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt. Und dann kann ich sozusagen die Messzeitpunkte dazwischen, also ab Messzeitpunkt 5 bis, keine Ahnung, Messzeitpunkt 10. Da messe ich dann oder lasse ich es zufällig auswürfeln, welchen Messzeitpunkt ich nehme. Und dann beginne ich dann da die B-Phase, soweit ich eben das möchte. Oder wie ich es vorher auch durch dieses Experiment bestimmt habe, um noch eine A-Phase hinzubekommen. Also wir merken, eine wirkliche Einzelfallforschung zufallsbasiert zu machen, ist sehr unrealistisch in der Praxis, weil ich dafür einfach sehr viele Messzeitpunkte brauche, um überhaupt stabile Messungen zu haben. Auch das erklärt David Scheer wunderbar, wie man das im Einzelnen durchführt. Und für Sie wollte ich eben jetzt hier nur herausstellen, der Unterschied zwischen der Lernverlaufsdiagnostik und einer kontrollierten Einzelfallstudie ist eben im Ziel bedingt. Ebenso kann die kontrollierte Einzelfallstudie auch sehr gut im Verhaltensbereich angewendet werden. Da hat man diese Messproblematiken nicht so stark wie im Lernverlaufsbereich, weil einfach immer wieder dasselbe Item abgefragt wird. Bei der Lernverlaufsdiagnostik habe ich ja verschiedene Items, wo ich ja vorher mehr nachweisen muss, dass sie fair sind. Da habe ich auch höhere Standardfehler. Wenn immer dieselbe Person mit demselben Verhaltensmerkmalen eine Einschätzung eingibt, dann habe ich viel stabilere Bereiche natürlich. Und dementsprechend würde ich sagen, kann man da dann die Intervalle auch enger ziehen. Das war es jetzt von meiner Seite nochmal kurz als Überblick zwischen diesen Bereichen. Falls Sie diese einzelnen Punkte im Video interessieren, habe ich diese Einführung im Bereich Sonderpädagogik geschrieben, wo zumindest das erste zwischen formativem und summativem Assessment noch stärker hervorgehoben wird und erklärt wird. Im zweiten Buch, das ist ein Buch, was wir aktuell herausgeben oder selbst geschrieben haben über den Reinhard Verlag zur Lernverlaufsdiagnostik und wir planen gemeinsam mit David Scheer und weiteren Kolleginnen und Kollegen nochmal dieses Wissen zur Einzelfallforschung aufzuschreiben und aufzubereiten. Ansonsten verweise ich vor allem hier zu den Videos von David Scheer, die ich unten im Anhang verlinken werde. Ich hoffe, der Vortrag hat für Sie neue Informationen gegeben und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.